Ein verheißungsvoller Neumond im Schützen läutet die letzten Wochen des Jahres ein und es kann gut sein, dass wir wieder mehr Optimismus verspüren. Tatsächlich versprechen die Sterne ab Frühlingsanfang 2023 Besserung auf vielen Ebenen. Im Dezember müssen wir aber noch ein paar Anspannungen mit Kampfplanet Mars bewältigen. Wie wir das am besten machen und wie sich die Konstellationen für die einzelnen Sternzeichen auswirken, darum geht es in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Und in den nächsten rund 70 Minuten geht es um eure Sterne im Dezember, um die Vorweihnachtszeit, Silvester und ihr erhaltet Tipps zu Vollmond, Neumond und den Rauhnächten. Die Timecodes für jedes Sternzeichen findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes und zwar unter dem Horoskope-Shop. Also scrollt bitte gegebenenfalls dorthin, um dahin zu gelangen. Bevor wir in die Sterne schauen, gibt es aber erstmal Geschenke und ich wünsche mir auch was von euch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ganz wichtig, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video oder Livestream verpasst. Ich bin wieder in meinem Kölner Sternenstudio und als ich aus Amerika wiederkam, habe ich mich sehr gefreut, endlich mein Jahrbuch in gedruckter Form zu sehen. Es ist wirklich wunderschön geworden und eines davon mit persönlicher Widmung bekommt nun die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im November, nämlich Ingrid Rudorfer, Krebs mit Stier-Ascendent. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ingrid. Bitte maile mir an service-at-antonialangsdorf.com und teile mir deine postalische Adresse mit, damit ich dir das Buch zuschicken kann. Bei der Gelegenheit noch schnell der Hinweis, dass das Buch jetzt auch als E-Book erhältlich ist. Falls ihr es also digital bestellen möchtet, ist das nun jederzeit möglich und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Auch im Dezember gibt es wieder eine Verlosung und aus Anlass des Jahreswechsels könnt ihr eine schriftliche persönliche Jahresvorschau als PDF mit eurem Solarhoroskop und euren Transiten gewinnen. Und wie das genau geht, erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil. Außerdem habe ich auch noch eine Geschenkidee für euch für Weihnachten. Legt doch einem lieben Menschen ein persönliches Geburtshoroskop unter den Weihnachtsbaum oder schenkt euch selbst eins oder wünscht euch eins zu Weihnachten. Das schriftliche Geburtshoroskop ist mein beliebtestes Produkt und ihr bekommt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt und zwar bis Heiligabend 12 Uhr. Das ist dann auch noch ein schönes Last-Minute-Geschenk. Und dazu bekommt ihr auch einen schönen Geschenkgutschein. Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den Dezember. Die ersten zehn Tage sind wahrscheinlich geprägt von heißen Diskussionen und engagierten Thesen, die jetzt aufgestellt werden. Zum Monatswechsel November, Dezember bildet nämlich der rückläufige Mars eine Opposition zu Schnelldenker Merkur und Liebesgöttin Venus, die beide im Schützen stehen. Und das Ganze in Spannung zu vernebler Neptun. Ich kann mir schon vorstellen, wie da die Argumente hin und her gehen und wie jeder sich genau das raushört und rauspickt, was er da heraushören will. Da werden große Ideen rausgehauen, dann wieder kritisiert und dann mit oder ohne Absicht falsch verstanden. Bei Neptun muss man im persönlichen Erleben auch immer das Phänomen der Projektion mit bedenken. Das heißt, dass wir die Sachen, die wir uns selbst nicht mögen, auf andere Leute projizieren und dann bei denen kritisieren. In diesen Tagen sind wir also gut beraten, uns immer schön an die eigene Nase zu fassen und zu überlegen, okay, was stört mich jetzt an der anderen Person, was ich vielleicht bei mir selbst nicht sehen will. Hilfe kommt ausgerechnet vom strengen Saturn. Der bildet nämlich einen konstruktiven Aspekt zu dieser Spannung. Und das bedeutet, wenn wir uns bemühen, die Situation realistisch zu betrachten, können wir dahinter kommen, was die eigentliche Ursache eines Konflikts ist oder was jemand wirklich meint. Saturn hilft uns auch dabei, die richtigen Fragen zu stellen, um die Realitätstauglichkeit einer Aussage zu überprüfen. Dabei sollten wir die Vogelperspektive einnehmen. Das bedeutet, aus der persönlichen Betroffenheit herausgehen und eine Situation wie ein Außenstehender betrachten. Das kann sehr dabei helfen, den Zündstoff herauszunehmen und zu erkennen, worum es wirklich geht. Gleichzeitig bringt diese Spannungskonstellation eine starke Leidenschaft in alle Liebes- und Beziehungsthemen, weil sich dabei auch Venus und Mars gegenüberstehen. In der ersten Dezemberhälfte kann es also in der Liebe hoch hergehen und manchmal ist es auch eine Option, sich leidenschaftlich im Bett wieder zu versöhnen. Und zum Flirten ist die Konstellation auch sehr spannend. Gerne nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern sich zum Flirten wunderbar eignen. Der Vollmond am 8. Dezember in den Zwillingen greift die kosmische Anspannung nochmal auf. Dann könnten wir uns schnell persönlich angegriffen fühlen, auch wenn der Anlass nichtig ist. Schon flapsige Sprüche und dahingesagte Bemerkungen können einen emotionalen Sturm auslösen. Besonders Scherze auf Kosten anderer sollten wir vermeiden, weil die können böse nach hinten losgehen. Und das gilt sowohl für unsere privaten Beziehungen als auch am Arbeitsplatz. Deswegen sollten wir empathisch und verständnisvoll mit uns und anderen sein. Und es gibt Chancen, dass wir das hinbekommen. Denn zu Vollmond bildet sich ein schöner Entspannungsaspekt mit heiler Chiron und der hält an bis Ende des Monats. Das heißt, mancher Krach kann auch wie ein reinigendes Gewitter wirken. Vielleicht werden dann auch Dinge endlich mal ausgesprochen, die immer unter den Teppich gekehrt wurden. Und das kann dann zur Heilung beitragen. Aber damit das funktioniert, müssen wir uns um deeskalierende Sprache bemühen und empathisch zuhören. Deswegen empfehle ich für den Dezember jetzt auch sehr, die 90-Sekunden-Regel anzuwenden, wenn ihr merkt, dass eure Gefühle euch überwältigen. 90 Sekunden ruhig durchatmen und die Situation nur beobachten, nicht bewerten. Anschließend könnt ihr mit klarem Kopf darüber nachdenken, was passiert ist und gegebenenfalls auch euren Standpunkt vertreten. Mehr Infos zur 90-Sekunden-Regel findet ihr unten in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Eine weitere zentrale Konstellation, die den ganzen Monat über anhält, ist die Spannung zwischen der wilden Lilith und Machtplanet Pluto und im hilfreichen Aspekt dazu die Kräfte von Jupiter und Neptun, sprich der Gerechtigkeit und Verbundenheit. Ich habe das in meinem letzten Livestream schon angesprochen. Für mich ist das unter anderem ein Symbol für die Revolution in Iran und wenn euch das interessiert, dann schaut euch doch bitte das Video dazu nochmal an. Das verlinke ich auf der Infokarte. In unserem persönlichen Erleben kann sich das sehr unterschiedlich auswirken, je nachdem, wie bewusst wir damit umgehen. Mehr dazu erfahrt ihr gleich in den Sternzeichen-Videos. Spannend ist, dass diese Konstellation im Laufe des Monats immer intensiver wird, je mehr Planeten in den Steinbock gehen und dass wir dadurch sehr intensive Raunächte haben werden. Merkur geht am 6. Dezember in den Steinbock, ab dem 10. Dezember dann die Venus und schließlich auch die Sonne. Und dann ist Wintersonnenwende, nämlich am 21. Dezember um 22.48 Uhr. Die Steinbock-Saison beginnt dann und wir haben vier Planeten im Steinbock. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, denn die Wintersonnenwende ist einer der wichtigen vier kardinalen Wendepunkte des Jahres und deswegen gilt sie auch als Quartalshoroskop für die kommenden drei Monate. Interessant ist, dass wir da auch wieder diese Mond-Mars-Spannung drin haben, die sich schon zu Vollmond gezeigt hat, wobei diesmal die Mondin im Schützen steht, gegenüber von Mars in den Zwillingen. Deshalb ist das so ein wichtiges Thema, das uns den ganzen Monat über beschäftigt. Es geht also immer weiter darum, dass wir darauf achten müssen, unsere gegenseitigen Gefühle nicht zu verletzen, dass aber auch Heilung möglich ist, wenn wir strittige Themen behutsam ansprechen und bereit sind, auch die Seite unseres Gegenübers zu verstehen. Denn der Entspannungsaspekt von Chiron ist weiterhin aktiv und wenn man es als Quartalshoroskop betrachtet, dann ist das Thema Aussprache und Heilung auch für die nächsten drei Monate noch wichtig. Was mir gut gefällt ist, dass sich Venus und Merkur günstig mit Innovationsplanet Uranus verbinden. Das heißt, wir sind einfallsreich und haben gute Ideen und wir dürfen mit liebevollen Überraschungen zu Weihnachten rechnen. Auch finanziell kann uns dieser Aspekt positiv überraschen und er steht besonders günstig für die Stiergeborenen, die Jungfrauen und die Steinböcke. Also, falls ihr über Weihnachten Lotto spielen wollt, probiert es ruhig mal aus. Und es gibt noch ein positives Zeichen. Wenn wir die Wintersonnenwende auf Berlin als Hauptstadt von Deutschland berechnen, dann haben wir das Quartalshoroskop für Deutschland für die nächsten drei Monate. Und dann passiert folgendes. Wir erhalten einen Jungfrau-Ascendenten und es bildet sich ein großes Harmoniedreieck mit Uranus und Venus, also den positiven Überraschungen, von denen ich eben gesprochen habe. Der Jungfrau-Ascendent macht mir Hoffnung, dass wir auf dem Teppich bleiben und eventuelle Probleme ganz pragmatisch und hilfsbereit angehen. Und der günstige Uranus ist für mich ein Hinweis darauf, dass wir originelle Ideen haben, wie wir uns den Winter halbwegs angenehm gestalten können. Und es ist außerdem auch ein gutes Zeichen, dass wir von Blackouts verschont bleiben. Denn Uranus ist auch das Symbol für Elektrizität. Und wenn der sich im Harmonie zu Deutschlands Aszendent befindet, dann stehen wir sozusagen im besten Sinne unter Strom. Und ähnlich günstig sieht es auch für Österreich und die Schweiz aus. Es gibt aber noch sehr viel mehr zu diesem Horoskop zu erzählen. Das würde aber hier den Rahmen sprengen. Deswegen schauen wir uns das im nächsten Livestream nochmal genau an. Und der ist am 1. Dezember. Und da blicken wir auch auf den Vollmond und die Wintersonnenwende nochmal. Und diese Konstellationen sind wahnsinnig spannend. Ich hoffe auch, dass ich vor dem Jahresende noch einen weiteren Livestream hinbekomme. Das erfahrt ihr aber noch rechtzeitig. Jetzt aber nochmal zurück zur Wintersonnenwende. Da ist nämlich auch noch wichtig, dass direkt am Tag zuvor, nämlich am 20. Dezember, Jupiter im Vorwärtsgang wieder in den Widder wechselt. Und dort bleibt er dann bis Mitte Mai und pusht die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze mit viel positiver Energie. Die Wintersonnenwende ist nicht nur einer der vier wichtigen kardinalen Sonnenwendpunkte des Jahres. Die Nacht vom 21. auf den 22. Dezember, die längste Nacht des Jahres, bildet auch den Auftakt zu den Raunächten. Und verstärkt wird das durch den Neumond im Steinbock am 23. Dezember morgens um 11.16 Uhr. Das ist der letzte Neumond des Jahres. Die magische und dunkle Zeit der Raunächte ist sozusagen die Atempause zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Wenn ihr spirituell ausgerichtet seid, sind die Feiertage und die Raunächte sehr ergiebig für kraftvolle Rituale, weil sich der mystische Pluto, Liebesgöttin Venus und Denkplanet Merkur verbinden. Diese drei verbinden sich zum Jahresende immer enger und gegenüber steht Schamanin Lilith. Das ist günstig für machtvolle Zaubersprüche und Affirmationen. Am 29. Dezember wird der Merkur rückläufig, sodass die Gedanken noch mehr in die Tiefe und nach innen gehen können. Für die mystische Arbeit zu den Raunächten wird das als sehr positiver Aspekt gesehen. Auf der praktischen Ebene könnten allerdings zu Silvester auch Spannungen aufkommen, etwa durch Probleme in der Kommunikation, weil sich Aktivitäten verschieben oder weil sich Pläne ändern. Deswegen achtet darauf, dass alle Leute, mit denen ihr etwas vorhabt, die gleiche Idee davon haben und wissen, wann sie wo erscheinen sollen. Weil die wilde Lilith in Spannung zu Liebesgöttin Venus steht, haben vielleicht beteiligte Frauen unterschiedliche Vorstellungen von der Abendgestaltung und es könnte darüber kurzfristig Unfrieden geben. Aber kurz darauf entspannt sich die Lage wieder. Zu Silvester um 18.08 Uhr geht die Mondin in den Stier. Das ist eine der besten Mondstellungen überhaupt und das sehe ich als positives Zeichen für einen schönen Jahresabschluss. Und die Mondin wird dann im Laufe der Silvesternacht und am Neujahrstag ganz tolle Harmonieaspekte zur Sonne bilden und auch Schicksalsanzeiger Mondknoten aktivieren. Das sind gute Voraussetzungen, um das Jahr friedlich abzuschließen, am besten gemeinsam mit Menschen, die wir lieben und mögen, ob nun bei einer großen Party oder im kleinen Rahmen. Und wenn ihr alleinstehend seid, kann das auch bedeuten in einer ruhigen Meditation in innerlicher Verbindung mit anderen oder mit Mutter Natur. Ich kenne auch viele, die außer Rücksicht auf ihre Haustiere daheim bleiben, um sich um die verängstigten Lieblinge zu kümmern, wenn es draußen zu Silvester laut wird. Die haben meinen größten Respekt. Wie auch immer ihr euren Jahresabschluss verbringt, ich wünsche euch und uns allen, dass wir in einer spirituellen Verbindung bleiben und den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung hochhalten. Es gibt einige Anzeichen, dass der Frühlingsanfang 2023 eine deutliche Wende zum Besseren bringen wird. Mehr dazu erfahrt ihr im Jahreshoroskop. Das wird voraussichtlich Mitte Dezember online gehen. Nun wünsche ich euch wundervolle Weihnachtstage und alles Gute mit den Sternen im neuen Jahr. Und hier kommen die Horoskope für die zwölf Sternzeichen. Wie immer mit dem Tipp, auch in das Zeichen eures Aszendenten zu schauen und zu fühlen, womit ihr in Resonanz steht. Und wir beginnen mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ihr startet den Dezember mit einem Liebeshighlight und seht die gemeinsame Zukunft in den schönsten Farben. Beruflich ist es wichtig, dass ihr die Bodenhaftung behaltet. Das und mehr schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Wünscht euch doch ein persönliches schriftliches Geburtshoroskop zu Weihnachten oder verschenkt selbst eins. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist es auch noch ein schönes Last-Minute-Geschenk. Sei es für euch selbst oder einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Gutscheincode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Dezember geht für euch los mit schönen und prickelnden Venus-Aspekten noch bis zum 10. Falls ihr also Adventseinladungen oder Weihnachtsfeiern habt, geht hin, denn ihr trefft nette Leute und Singles können sogar einen Flirt anfangen. Diejenigen von euch, die unter dem Einfluss von Chiron stehen, erhalten außerdem in den ersten Dezember-Tagen einen schönen Heilungsaspekt. Falls ihr im November geschwächelt habt, sollte es euch bald wieder besser gehen. Auch wenn ihr ein Liebesproblem mit euch herumgetragen habt, scheint sich da eine gute Entwicklung abzuzeichnen. Gesundheitlich seid ihr insgesamt recht robust. Beruflich zieht der Dezember nach dem 10. nochmal merklich an und es ergeben sich bis zum Monatsende noch interessante Projekte und auch finanzielle Chancen. Mancher ehrgeizige Wiedergeborene wird vielleicht ein paar Feiertage opfern, um sich eine günstige Jobgelegenheit nicht entgehen zu lassen. Euer Herrscher Mars ist zwar weiterhin rückläufig, aber er bildet dabei konstruktive Aspekte. Auch wenn nun manches vielleicht langsamer geht, als ihr es gerne hättet, zum Beispiel weil andere nicht immer zuliefern können oder zur Verfügung stehen, ihr kommt gut klar. Wie eingangs erwähnt, ist es wichtig, dass ihr die Bodenhaftung nicht verliert und euch klar macht, dass Ziele sich im Moment nicht auf die Schnelle erreichen lassen. Aber was realistisch machbar ist, lässt sich auch umsetzen. Falls ihr in einem Team arbeitet, habt ihr wahrscheinlich genug Kraft, um alle anderen mitzuziehen. Sollte es aber doch Probleme geben, werden die sich wohl rund um den Vollmond am 8. Dezember zeigen. Für euch steht der Vollmond in den Zwillingen günstig, doch in diesen Tagen sind viele Menschen sehr empfindlich und fühlen sich schnell auf den Schlips getreten. Und so könnte es euch passieren, dass ihr aus Versehen bei jemandem aneckt. Ihr seid nämlich gedanklich mit Worten sehr schnell und durchsetzungsfreudig. Das ist nicht für jeden so gut, dem ist nicht jeder gewachsen und darauf solltet ihr Rücksicht nehmen. Sehr gut sind diese Konstellationen für alle, die kreativ mit Sprache arbeiten oder an einem kniffligen Problem überlegen, denn ihr habt zündende Ideen und könnt einen Durchbruch erleben. Wenn ihr therapeutisch arbeitet, kommt ihr bei euren Klienten ganz schnell an die wunden Punkte. Wenn ihr dann vorsichtig und achtsam seid, könnt ihr viel Gutes bewirken. Falls ihr in den letzten Tagen des Witters Geburtstag habt, kann es Konflikte zwischen beruflichen Anforderungen und den Wünschen eurer Familie geben. Plant am besten bei Zeiten eure Weihnachtstage und lasst euch ein bisschen Freiraum für Spontanes. Wenn ihr etwas zusagt und das dann ausfallen muss, weil ihr beispielsweise einen Sonderauftrag bekommt oder eine Extraschicht schieben müsst, wäre die Enttäuschung groß. Möglich ist aber auch, dass Töchter oder Mitbewohnerinnen zu Weihnachten ganz andere Pläne haben als ihr und das müsst ihr dann erst mal verdauen. Aber irgendwie wird am Ende wahrscheinlich doch alles gut, denn am 20. Dezember kehrt Glücksplanet Jupiter zurück in den Widder und da bleibt er dann bis zum 16. Mai und bringt für alle Widdergeborenen und Aszendenten nochmal eine große Portion Glück und Optimismus. Jupiter bringt auch Chancen, sowohl privat als auch für die Liebe und auch beruflich oder finanziell, aber ihr müsst sie dann auch ergreifen und was draus machen. So blickt ihr wahrscheinlich optimistisch ins neue Jahr und habt Lust, Pläne zu machen. Sehr gut geeignet für ein entsprechendes Ritual ist die Wintersonnenwende am 21. Dezember um 22.48 Uhr. Das ist dann der offizielle Winteranfang und die Sonne geht in den Steinbock. Dadurch werden in den kommenden vier Wochen eure Pläne und Ziele hinsichtlich eurer persönlichen Berufung und auch eurer Karriere besonders wichtig. Und das Ganze wird verstärkt durch den Neumond im Steinbock am 23. Dezember. Beide Daten eignen sich sehr gut für eine Meditation über eure persönliche Berufung und Ausrichtung im Leben. Was wollt ihr erreichen? Wer kann euch dabei unterstützen und wen wollt ihr unterstützen? Könnt ihr Beruf und Berufung verbinden? Solche Fragen könnt ihr euch stellen. Wenn ihr fest liiert seid, bindet doch euren Schatz mit ein. Er oder sie will euch offenbar gern unterstützen und mit euch an einem Strang ziehen. Schreibt euch auf, was ihr in Angriff nehmen wollt. Denn am 29. Dezember wird der Merkur rückläufig und dann stellt ihr vielleicht manches nochmal in Frage. Dann ist es gut, wenn ihr eure Liste nochmal hervorholen könnt. Zu Silvester habt ihr Glücksplanet Jupiter auf eurer Seite. Also ladet ein oder ergreift die Initiative, um mit netten Leuten zu feiern. Doch wenn ihr ehrgeizig seid und über den Jahreswechsel arbeitet, werdet ihr euch damit wahrscheinlich auch ganz wohl fühlen. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Freut euch auf ein Highlight in der Liebe über die Feiertage. Eure Finanzen müsst ihr allerdings im Auge behalten. Das und mehr schauen wir uns gleich näher an. Vorher gibt es noch ein Geschenk und zwar eins, was ihr euch auch gut wünschen oder selbst verschenken könnt. Ihr erhaltet jetzt das persönliche schriftliche Geburtshoroskop als PDF mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch ein gutes Last-Minute-Schnäppchen, was ihr noch schnell jemandem unter den Weihnachtsbaum legen könnt. Mehr Infos und den Gutscheincode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Für zahlreiche Stiergeborene war die Finsternissaison im November ganz schön anstrengend. Viele von euch haben aber auch bedeutende neue Schritte im Leben gemacht. Die gute Nachricht ist, dass ihr wahrscheinlich über die Feiertage das schöne Gefühl haben werdet, angekommen oder zumindest einen wichtigen Schritt weitergekommen zu sein. Und das solltet ihr über Weihnachten ausgiebig feiern. Für manche von euch gab es auch Spannungen in den festen Beziehungen und das kann sich auch bis in die ersten Dezember-Tage hinein nochmal zuspitzen. Streitet euch in dieser Zeit bloß nicht übers Geld. Es kann schon sein, dass ihr gelegentlich das Gefühl habt, zu kurz zu kommen, aber es lohnt sich zu schauen, ob das vielleicht aus eurer eigenen Vergangenheit her rührt und gar nicht so sehr etwas mit dem Partner zu tun hat. Zu Vollmond am 8. Dezember kann bei euch ein Selbstwertthema zutage treten. Darüber könnt ihr in einer Vollmond-Meditation nachdenken. Was braucht ihr, um euch innerlich und äußerlich reich zu fühlen? Und welche negativen Glaubenssätze halten euch davon vielleicht bisher ab? Darüber kann euch dieser Vollmond-Erkenntnisse bescheren. Wie gesagt, streitet euch nicht, denn am 10. Dezember geht die Venus in den Steinbock, zuvor auch schon der Merkur am 6. und Steinbock-Planeten sind immer gut für euch. Sie beruhigen euch, geben euch Sicherheit und Halt und helfen euch dabei, Probleme zu lösen. Außerdem beginnt dann durch den günstigen Einfluss der Venus ein schönes Liebes-Highlight bis zum 3. Januar. Dabei wecken die Planeten auch euer Fernweh. Tatsächlich wäre eine Reise über Weihnachten ideal. Egal ob zum Skifahren oder in die Sonne, ihr könnt da wunderbar flirten oder mit vorhandenen Partnern abenteuerliche schöne Zeiten erleben, die eine tiefe Verbindung schaffen. Wenn ihr alleinstehend seid, nehmt Freundinnen mit. Ihr werdet garantiert viel Spaß haben. Wenn ihr zu Hause bleibt, plant Unternehmungen mit euren Lieben, die euren Horizont erweitern und sorgt dafür, dass der Spaß in der Vorweihnachtszeit nicht zu kurz kommt. Liebe Stier-Singles, wenn ihr euch wohltätig engagiert, könntet ihr dabei faszinierende Leute treffen. Für manche von euch geht der Fokus auch in den Job und die Karriere, denn da läuft jetzt auch noch einiges. Eure zuverlässige Arbeit funktioniert und zahlt sich aus. Bis zum 10. Dezember müsst ihr allerdings auf eure Finanzen achten, denn der rückläufige Mars befindet sich in eurem Geldhaus und ihr könntet vor allem rund um den Vollmond spontane Entscheidungen treffen, die euch nachher viel Geld kosten. Vielleicht lasst ihr euch aber auch von eurer Bank oder dem Finanzamt einschüchtern. Doch ihr habt Rechte. Findet heraus, welche das sind und holt euch gegebenenfalls Unterstützung. Ab dem 10. Dezember sehen die Finanztendenzen deutlich günstiger und vorteilhafter für euch aus. Auch beruflich gilt, dass neue oder heikle Projekte ab dem 10. Dezember runder laufen als vorher. Vom 18. bis 24. Dezember habt ihr einen günstigen Aspekt für überraschendes Finanzglück. Spielt doch dann mal Lotto. Vielleicht erhaltet ihr aber auch unerwartet ein großzügiges oder finanzielles Geschenk zu Weihnachten. Am 21. Dezember um 22.48 Uhr ist Wintersonnenwende und die Sonne tritt in den Steinbock ein. Sie aktiviert dann für vier Wochen euer Fernweh und eure Lust, Pläne für die Zukunft zu machen und über eure Einstellung zum Leben nachzudenken. Das gleiche Thema greift auch der Neumond am 23. Dezember wieder auf. So könnt ihr passend zum Jahreswechsel noch mal drüber nachdenken, was sich in eurem Leben schon alles geändert hat und was sich noch ändern soll und ob ihr noch im Einklang mit eurer Lebensausrichtung seid. Es ist ein guter Neumond, um über eure Lebensphilosophie und Glaubenssätze nachzudenken. Welche positiven Affirmationen stärken euch und welche negativen Glaubenssätze könnt ihr loslassen? Zu Weihnachten und Silvester stehen die meisten Planeten harmonisch. Auch wenn der unruhige Uranus weiterhin für unerwartete Planänderungen sorgen kann, sieht es doch so aus, als ob ihr am Ende ganz zufrieden und einverstanden damit sein werdet, wie sich die Feiertage für euch entwickeln und welche Leute ihr trefft. Wenn ihr alleinstehend seid, bieten euch die rauen Nächte wunderbare Inspirationen und tiefe Kräfte für Rituale oder Zeremonien, um das alte Jahr abzuschließen und eure Absichten für das neue Jahr zu formulieren. Lilith als innere Schamanin kann euch dabei sehr inspirieren. Auch der Merkur, der am 29. Dezember rückläufig wird, kann die Empfindung der Rückschau und Innenschau spirituell verstärken und das ist die Voraussetzung, um gute und passende Pläne für das neue Jahr zu machen. Nun wünsche ich euch wunderbare, gemütliche Feiertage, einen guten Rutsch und alles Gute mit den Sternen im neuen Jahr. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Wie geht es euch mit dem rückläufigen Mars bei euch im Zeichen? Habt ihr eher mehr Kraft oder fühlt ihr euch eher schlapp? Letzteres könnte sich im Dezember bessern. In der Liebe ist auf jeden Fall viel los bei euch. Das alles schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch eine Geschenkidee. Wünscht euch doch ein persönliches, schriftliches Geburtshoroskop zu Weihnachten oder schenkt selbst eins jemanden, den ihr mögt. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch noch ein schönes Last-Minute-Geschenk, sei es für euch selbst oder für einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Gutscheincode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet mit viel Energie in eurem Partnerhaus in den Monat. Wahrscheinlich erhaltet ihr zahlreiche Einladungen zu Weihnachtsevents und trefft jede Menge Leute und auch beruflich können sich noch eine Reihe von Meetings ergeben, bevor es in die Feiertage geht. Dabei kann es um den Monatswechsel herum, also 27. November bis 3. Dezember, zu hitzigen Wortgefechten kommen, denn mit dem Mars in eurem Zeichen seid ihr besonders schlagfertig. Die Planeten im Schützen in eurem Partnerhaus sind aber auch nicht ohne. Das kann dann je nachdem ein lustiger Schlagabtausch werden, es kann jedoch auch ins Emotionale abgleiten und dann fühlt sich vielleicht jemand angegriffen oder verletzt. Da braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und den Zwillingen und der steht bei euch auf der Beziehungsachse. Es könnte gut sein, dass ihr euch schneller als sonst angegriffen oder emotional verletzt fühlt. Deshalb solltet ihr in diesen Tagen Problemdiskussionen möglichst aus dem Weg gehen. Und es kann auch nicht schaden, öfter mal die 90-Sekunden-Regel zu üben, wenn ihr merkt, dass euch die Gefühle überwältigen. 90 Sekunden ruhig durchatmen und die Situation nur beobachten, nicht bewerten. Anschließend könnt ihr mit klarem Kopf darüber nachdenken und gegebenenfalls auch euren Standpunkt vertreten. Für Singles kann es eine anregende Zeit sein, nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich, kabbelt ihr euch vielleicht mit jemandem und dahinter stecken prickelnde Gefühle. In festen Beziehungen müsst ihr darauf achten, ob euer Schatz Lust auf einen solchen Schlagabtausch hat oder ob ihr vielleicht lieber Rücksicht nehmen solltet. Besonders wenn euer Partner aus einem zart beseiteten Zeichen wie Fische, Krebs oder Waage kommt. Es ist nicht jedem gegeben, euren gedanklichen Feuerwerk standzuhalten. Andererseits kann euch der Mars sehr leidenschaftlich machen. Nach einem Streit könnte also eine Versöhnung im Bett funktionieren. Für eure Gesundheit ist erfreulich, dass nun der Infektionsaspekt zwischen Mars und Neptun langsam abklingt. Trotzdem müssen diejenigen von euch, die direkt unter dem Einfluss Neptuns stehen, das betrifft vor allem die Geborenen der dritten Dekade, weiterhin gut auf sich achtgeben und fleißig das Immunsystem stärken. Beruflich solltet ihr vor allem die ersten zehn Tage des Monats Gas geben und euch voll konzentrieren. Vom 10. bis 16. Dezember können die Ansagen aus der Chefetage sehr verworren sein und auch zum Widerspruch herausfordern. Das solltet ihr euch aber gut überlegen. Mein Rat wäre, beschränkt euch darauf, wenn nötig nachzufragen oder euch per E-Mail zu vergewissern, ob ihr eine Anweisung richtig verstanden habt. Oder macht einfach Dienst nach Vorschrift oder sprecht euch mit Kolleginnen und Kollegen ab. Da scheint der Rückhalt gut zu sein. Ach ja, und noch ein Tipp. Seid auf Weihnachtsfeiern sehr vorsichtig mit Alkoholkonsum und unbedachten Äußerungen. Möglich auch, dass Chef oder Chefin sich die Kante geben. Dann solltet ihr verständnisvoll wegsehen und bloß nichts dazu sagen. Sehr gut läuft es für euch, wenn ihr therapeutisch arbeitet oder als Therapeutin oder Coaches eine Unterrichtsgruppe habt. Ihr erntet viel Anerkennung und Dankbarkeit für eure gute Arbeit und eure heilsamen Ideen. Am 21. Dezember um 22.48 Uhr ist Wintersonnenwende und die Steinbock-Saison beginnt. Dadurch wird in den kommenden vier Wochen euer kosmisches Achteshaus der Verbindlichkeiten aktiviert, ebenso durch den Neumond im Steinbock am 23. Dezember. Er stärkt eure festen Beziehungen und in der Neumond-Meditation könnte es um eure gemeinsamen Vorhaben gehen, ob ihr euch tiefer einlassen wollt. Auch gemeinsame Werte und Verträge, die ihr mit Finanzpartnern habt, können Thema sein. Außerdem ist auch der spirituelle Bereich eures Horoskops angeregt. Es könnte also ein ernsthaftes, verbindliches und spirituelles Weihnachtsfest für euch werden, indem ihr euch darüber klar werdet, wer euch im Leben besonders wichtig ist. Falls ihr alleinstehend seid, könntet ihr in einem Ritual eure Selbstliebe stärken, eine schöne spirituelle Zeremonie zu Weihnachten planen oder euch ganz den Rauhnächten hingeben. Im Idealfall verbindet ihr euch dazu mit Freundinnen und Freunden. Das auch deshalb, weil Jupiter am 20. Dezember wieder in den Widder geht und dann bis Mai euer Freundschaftshaus mit Freude und Optimismus erfüllt. Genau richtig für eine schöne Silvesterparty mit netten Menschen. Schaut nur, dass es keine Missverständnisse rund um die Partyplanung gibt, denn euer Herrscher Merkur wird am 29. Dezember rückläufig. Vielleicht wird dann auch der Wunsch nach Entschleunigung größer als nach Partytrubel. Hört einfach auf eure Intuition. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch schöne Feiertage und alles Gute mit den Sternen im neuen Jahr. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ich habe von vielen Krebsen die Rückmeldung erhalten, dass sie gut durch die Finsternisphase im Oktober und November gekommen sind und sogar sehr inspiriert davon waren. Die beiden Konstellationen standen auch günstig zur Krebssonne. Wie es jetzt weitergeht und wie die Feiertage werden, das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch eine Geschenkidee für euch. Wünscht euch doch ein persönliches, schriftliches Geburtshoroskop zu Weihnachten. Oder verschenkt selbst eins. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch noch ein schönes Last-Minute-Geschenk, sei es für euch selbst oder einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Gutscheincode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Im Dezember scheint ihr noch eine Menge vorzuhaben. Viele Planeten tummeln sich bei euch im Bereich eures Arbeits- und Gesundheitsalltags. Gegenüber steht der rückläufige Mars in eurem zwölften Haus der Spiritualität. Dadurch ist die Heilerachse in eurem Horoskop stark angesprochen und die wird auch vom Vollmond am 8. Dezember angeregt. Viele Menschen sind dann sehr empfindlich, vielleicht auch ihr und die kleinsten Ursachen können eine große emotionale Betroffenheit auslösen. Seid also in der Zeit liebevoll mit euch selbst, aber auch bereit, anderen Menschen verständlich zu machen, wenn sie bei euch eine Grenze überschreiten. Beruflich habt ihr viel zu tun. Falls ihr in einem helfenden und teilenden Beruf tätig seid, erhaltet ihr dafür auch viel Dankbarkeit und Zuspruch. Im Kollegenkreis ist der Zusammenhalt gut, aber die Phase bis zum 10. Dezember kann auch sehr anstrengend sein und ihr müsst auch ein bisschen auf eure Gesundheit achten. Übernehmt euch nicht. Vielen Krebsgeborenen ist Weihnachten mit der Familie sehr wichtig und sie setzen alles daran, die Festtage schön und liebevoll zu gestalten. Es scheint jedoch, als ob ihr in der ersten Monatshälfte zu viel anderes zu tun hättet, um euch darum kümmern zu können. Und dann macht euch bitte deswegen nicht verrückt. Vielleicht können euch ja auch Familienmitglieder oder Mitbewohnerinnen ein bisschen zur Hand gehen. Einige von euch, besonders die Geborenen der dritten Dekade, werden im Dezember vom Fernweh gepackt. Zusätzlich bewirkt der Einfluss von Lilith und Pluto, dass ihr überlegt, auszubrechen und ganz spontan etwas anderes zu machen als sonst immer. Besonders, wenn ihr euch vom Partner unter Druck gesetzt fühlt. Da bietet sich tatsächlich eine Last-Minute-Reise an. Aber nicht, dass ihr nachher irgendwo in der Sonne sitzt und schreckliches Heimweh habt. Für alle Krebse gilt, auch wenn euch eure Familie oder Partner vorübergehend auf die Nerven gehen sollten, kann es doch sein, dass ihr sie sehr vermisst, wenn es auf Weihnachten zugeht. Im Moment scheint euer Wunsch nach Autonomie mit eurem Wunsch nach Bindung in Konflikt zu stehen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass über Weihnachten euer Nähe- und Kuschelbedürfnis die Oberhand gewinnt. Am besten könnte euer Abenteuer funktionieren, wenn ihr euch über Weihnachten etwas wie einen spirituellen Retreat gönnt, vielleicht auch Yoga oder Meditation. Hauptsache, ihr kommt mal zur Ruhe und könnt auch was für euch selbst tun. Es kommt aber durchaus auch ein Spontantrip gemeinsam mit euren Liebsten in Frage und dieser Gedanke erfüllt euch ab dem 10. Dezember mehr und mehr. Dann geht nämlich die Venus in euer Partnerhaus, wie vorher auch schon Merkur. Und dann verschiebt sich die Energie mehr und mehr hin zu euren Partnerschaften und eurem Familienleben. Für die Singles unter euch beginnt dann eine schöne Flirtphase bis zum 3. Januar. Und tatsächlich könntet ihr euch kurz vor Weihnachten sogar noch verlieben. Und das kann durch irgendeinen verrückten Zufall oder eine spontane Weihnachtsaktion geschehen. Lasst euch überraschen. Einige von euch bekommen vielleicht kurz vor Weihnachten noch einen interessanten beruflichen Auftrag, denn am 20. Dezember wandert Jupiter in den Widder und damit in euer kosmisches Karrierehaus. Vielleicht steht das im Konflikt mit euren Weihnachtsplänen, besonders wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Da müsst ihr dann eine gute Entscheidung treffen. Am 21. Dezember um 22.48 Uhr ist Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock in euer Partnerhaus, gefolgt vom Neumond am 23. Dezember. Beides aktiviert für die kommenden vier Wochen euer Streben nach Verbindung und auch den Wunsch, Zeit mit der Familie zu verbringen. Dabei entstehen auch schöne Aspekte in euer Reisehaus. Vielleicht verreist ihr ja zu euren Eltern oder einem Geschwister, um Weihnachten zu feiern. In der Neumond-Meditation könnt ihr darüber nachdenken, was euch in euren Beziehungen wichtig ist oder wie ihr euch einen Traumpartner wünscht oder was ihr braucht, um euch mit der Familie wohlzufühlen. Wichtig ist, dass ihr voll und ganz hinter euren Plänen zu Weihnachten und Silvester steht, denn die Energie des intensiven Plutos in eurem Partnerhaus wird zum Jahresende immer stärker. Und wenn ihr dann nicht mit euch im Reinen seid, es aber trotzdem allen recht machen wollt, habt ihr innerlich Druck und das kann die Atmosphäre beeinträchtigen. Das gilt besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Wenn ihr in der ersten oder zweiten Dekade Geburtstag habt, sind die Aspekte überwiegend harmonisch und die Chancen sind gut, dass ihr gemütlich im Kreise eurer Lieben feiert und euch dabei wohlfühlt. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Der Monat beginnt für euch mit tollen Party- und Flirtaspekten. Ihr wisst wahrscheinlich vor lauter Einladungen gar nicht, wie ihr die alle in dem kurzen Zeitfenster bis Weihnachten unterbringen sollt. Doch bevor wir uns das genauer anschauen, habe ich noch einen Tipp für euch. Wünscht euch doch ein persönliches, schriftliches Geburtshoroskop zu Weihnachten oder verschenkt selbst eins. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Und die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch noch ein schönes Last-Minute-Geschenk. Sei es für euch selbst oder einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Rabattcode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen für den Dezember an und die sehen sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich bis zur Wintersonnenwende sehr vielversprechend aus. Zu Beginn des neuen Monats werdet ihr kosmisch durch eine Power-Kombination im Schützen unterstützt, was euer fünftes Haus der Lebensfreude mit viel Energie versorgt. Dadurch wird euer Sinn für Spaß und Aktivitäten besonders stark angeregt und es könnte mehr Einladungen und Veranstaltungen geben, als ihr überhaupt abhandeln könnt. Vielleicht überkommt euch zum Vollmond im Zeichen Zwillinge am 8. Dezember auch spontanes Fernweh und ihr beschließt, die Feiertage in der Sonne zu verbringen. Zu diesem Vollmond wird auch euer elftes Haus der Freundschaft und Geselligkeit aktiviert und weil Mars beteiligt ist, könnte es sein, dass es sportlich wird oder viel Bewegung in eure Verabredungen involviert ist. Also raus mit euch, am besten trotz Winterwetter mit netten Leuten in die frische Luft. Seid nur rund um den Vollmond darauf gefasst, dass viele Menschen äußerst empfindlich reagieren und sich zum Beispiel durch eine unbedachte flapsige Bemerkung schnell angegriffen fühlen. Das könnte auch eine Freundin oder einen Freund betreffen, die müsst ihr gegebenenfalls mit Samthandschuhen anfassen. Eure Flirtlust ist geweckt und die Schützezeit macht euch noch charmanter und verführerischer als sonst. Für die Singles unter euch ist die Zeit bis zum 10. Dezember besonders schön, um jemanden kennenzulernen. So lange steht Venus noch im Feuerzeichen Schütze und unterstützt euch mit super Gelegenheiten, sowohl in finanziellen als auch in romantischen Themen. Ich würde euch allerdings davon abraten, die Dinge vor lauter Begeisterung zu überstürzen. Egal, ob es sich um die Liebe oder die Finanzen handelt, für weitreichende Entscheidungen solltet ihr euch noch etwas Zeit lassen. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, was zu tun ist, wartet möglichst noch, bis der Mars Mitte Januar wieder direkt läuft. Am 20. Dezember passiert noch etwas sehr Positives für euch. Dann wechselt Wohltäter Jupiter in den Widder und zwar bis Mai nächsten Jahres. Das ist super für euch feurige Löwen. Der Kosmos unterstützt euch so mit einer großen Portion Optimismus und Zuversicht. Perfekt, um auch in stressigen Zeiten positiv eingestellt zu bleiben. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember geht die Sonne in den erdgebundenen Steinbock. Innenschau wird dann wichtiger und ihr verspürt Sehnsucht nach mehr Ruhe und Besinnlichkeit. Zu diesem großen Wendepunkt verweilt Lilith in eurem Haus der Spiritualität und bildet eine Spannung zu Pluto. Dadurch können Rituale besonders mächtig werden. Am 23. Dezember folgt dann gleich der letzte Neumond des Jahres im Steinbock, verstärkt durch die Kräfte von Kommunikator Merkur und Liebesgöttin Venus. Sie alle stehen über die Feiertage und die Raunechte im ernsthaften Steinbock. Innenschau und Abschluss können nun wichtige Themen für euch sein und eignen sich gut für eine Neumond-Meditation. Die Steinbock-Energie aktiviert dann für vier Wochen euer kosmisches sechstes Haus der Gesundheit. Wenn ihr da ein Thema habt, könnt ihr euch dafür natürlich auch in einem Neumond-Ritual stärken. Oder ihr lenkt die Energie auf berufliche Vorhaben im neuen Jahr, denn hier bilden sich zum Jahresende sehr schöne Aspekte zu eurem Karrierehaus. Vielleicht habt ihr durch den Einfluss von Innovationsplanet Uranus noch eine zündende Idee für ein neues Projekt, was sich dann im neuen Jahr mit voller Power umsetzen lässt. Am 29.12. kurz vor dem Jahreswechsel wird der Merkur rückläufig und wir haben einen Göttinnenkonflikt zwischen Venus und Lilith. So könnte es für die Silvesterparty Missverständnisse oder falsch verstandene Absprachen geben, zum Beispiel weil die Gastgeberin euch bittet, etwas zur Feier mitzubringen und ihr das Gewünschte nicht bekommen könnt. Und daraus kann sich eine unnötig tiefgehende Unstimmigkeit ergeben. Verstrickt euch nicht in Grundsatzdiskussionen, ihr wisst ja nicht, was andere gerade mit sich selbst ausmachen. Schließt das Jahr in Frieden ab und feiert mit Menschen, die ihr liebt. Denn direkt zum neuen Jahr verlässt die Venus diesen Aspekt wieder und betritt euer Partnerhaus. Vielleicht startet ihr das neue Jahr mit einer Verabredung, zum Beispiel mit jemandem, den ihr im Dezember kennengelernt habt und den ihr durch eure Verpflichtungen zu den Festtagen nicht sehen konntet. Venus wird euer Partnerhaus im Januar mit kosmischer Energie aufladen und das deutet darauf hin, dass ihr zu Beginn des neuen Jahres wichtige Menschen treffen könnt. Und auch finanziell kann euch die Venus Glück bringen. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Nun wünsche ich euch eine wundervolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das neue Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Auszendenten. Im Dezember gibt es noch mal richtig viel zu tun und dabei kann der rückläufige Mars für ein paar Komplikationen sorgen. Aber in der zweiten Monatshälfte entspannt sich die Lage dann deutlich. Ab der Wintersonnenwende werden eure wohl durchdachten Pläne wieder besser funktionieren und ihr könnt die Magie der Feiertage und der Rauhnächte besonders genießen. Bevor wir uns die Tendenzen genauer ansehen, habe ich noch eine Geschenkidee für euch. Wünscht euch doch ein persönliches schriftliches Geburtshoroskop zu Weihnachten oder verschenkt selbst eins. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch ein schönes Last-Minute-Geschenk, sei es für euch selbst oder einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Rabattcode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Dezember startet mit herausfordernden Aspekten für euch und so könnte es zu Beginn der Adventszeit hektisch werden. Wahrscheinlich hat jedes Familienmitglied gleich drei Weihnachtsfeiern und euch werden kurzfristig Verpflichtungen vom Kuchenbazar bis hin zum Kollegen, den ihr spontan vertreten müsst, aufs Auge gedrückt. Neben der Sonne im Schützen wirft auch der rückläufige Mars herausfordernde Aspekte auf eure Jungfrausonne oder euren Aszendenten und das sowohl im familiären Bereich als auch im beruflichen Angelegenheiten. Mein kosmischer Tipp wäre an dieser Stelle, versucht euch nicht mehr Arbeit aufzuladen, als wirklich notwendig ist. In der Adventszeit ist es wichtig für euch, gut mit eurer Energie auszukommen und bewusst Pausen einzuplanen. Ihr solltet in euren akkurat gepflegten Kalender einen Eintrag mit der Überschrift MeTime einsetzen. So könnt ihr nichts tun planen. Perfekt für alle Jungfrau betonten Menschen. Doch der Kosmos hat auch Geschenke für euch parat. So entwickeln sich besonders schöne Flirt- und Finanzaspekte bereits ab dem 6. Dezember, wenn erst Kommunikator Merkur und dann am 10. Dezember Liebesplanet Venus in den Steinbock wandern. Sowohl für alle Singles als auch Festliierten beginnt dann eine wundervolle Zeit, um vielleicht eine schöne Tasse Glühwein mit einem Herzensmenschen zu trinken und vom Alltag abzuschalten. Parallel dazu halten die anstrengenden Tendenzen mit Mars jedoch noch an und erreichen zum Vollmond im Zeichen Zwillinge am 8. Dezember einen Höhepunkt. Wenn ihr dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen solltet, dann versucht euch eine Auszeit zu nehmen. Weil das Spannungsverhältnis von Kämpfer Mars zu vernebler Neptun nach wie vor auf Infektionen hindeuten könnte, wäre es gut für euch, achtsam im Alltag zu sein und Ansteckungsgefahren weiträumig zu umgehen. Kosmische Unterstützung gibt es von Glücksplanet Jupiter, der bis zum 20. Dezember nochmal durch euer Partnerhaus Fische wandert und euch mit Optimismus und Vertrauen ausstattet. Pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen ändert sich die Energie deutlich und mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember wird sich die Aufregung legen und es beginnt eine harmonischere und friedlichere Zeit. Am 21. Dezember um 22.48 Uhr ist die Wintersonnenwende mit dem Eintritt der Sonne in den Steinbock und nur zwei Tage später am 23. Dezember haben wir den Neumond im Steinbock und beide aktivieren bei euch den Bereich der Lebensfreude. So könntet ihr eine besonders schöne Zeit mit euren Kindern oder jüngeren Verwandten an den Weihnachtsfeiertagen erleben. In der Neumond-Meditation solltet ihr über eure Herzensprojekte nachdenken und wie viel Zeit ihr euch dafür nehmen könnt, nicht nur im nächsten Mondzyklus, sondern auch im neuen Jahr. Kurz vor Weihnachten habt ihr einen Aspekt für schöne Überraschungen und Glücksmomente und auch für finanzielle Überraschungen. Gönnt euch doch ein Los, mit dem ihr zugleich eine wohltätige Organisation unterstützt. So würdet ihr euer natürliches Bedürfnis, anderen zu helfen, mit dem kosmischen Glücksmoment verbinden und vielleicht auch selbst etwas gewinnen, wenn das keine gute Sache ist. Was euer Sozialleben angeht, so bildet die wilde Lilith in eurem Bereich der Freundschaften einen Spannungsaspekt zum dunklen Pluto, was darauf hinweisen könnte, dass jemand aus eurem Umfeld Probleme hat und euch um Hilfe bittet. Für euch ist das Helfen ja eine besondere Herzensangelegenheit und durch die günstigen Planeten im Steinbock werdet ihr wahrscheinlich auch genug Zeit und Energie haben, um eure Lieben zu unterstützen. Zu Silvester habt ihr sehr schöne Aspekte durch eine intensive Verbindung von Liebesgöttin Venus, Denker Merkur und dem tiefgründigen Pluto. Das weist darauf hin, dass ihr mit eurem Partner tiefschürfende Gespräche führen könnt, zum Beispiel über gemeinsame Pläne für 2023. Und wenn ihr Single seid, startet ihr vielleicht mit einem heißen neuen Flirt ins neue Jahr. Weil Merkur am 29. Dezember rückläufig wird, könnten zum Jahresende besondere Rückschauen stattfinden. Das ist ideal für die Zeit der Rauhnächte. Vielleicht habt ihr das Bedürfnis, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen oder jemanden mit Neujahrswünschen zu überraschen, von dem oder der ihr lange nichts gehört habt. Vertraut auf eure Intuition. Wenn ihr noch ein Thema auflösen müsst, könnte es sich hier zeigen. Egal ob fest liiert oder Single, allein auf oder auf einer Party, die Neujahrsnacht könnte euch dieses Jahr ganz besonders unter die Haut gehen. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Nun wünsche ich euch eine wundervolle Weihnachtszeit, ein liebevolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vageaszendenten. Für euch beginnt der Monat mit herrlichen Liebessternen. Und auch Mars ist zwar rückläufig, steht aber sehr produktiv für euch. Das und mehr schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch ein Geschenk für euch und das könnt ihr euch zu Weihnachten wünschen oder auch selbst verschenken. Ihr erhaltet jetzt das persönliche schriftliche Geburtshoroskop als PDF mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist es auch ein gutes Last-Minute-Schnäppchen, was ihr noch schnell jemandem unter den Weihnachtsbaum legen könnt. Mehr Infos und den Rabattcode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in die Sterne für den Dezember. Die Planeten im Schützen dürften bei euch für beschwingte Stimmung sorgen. Ihr habt gute Ideen, viele Kontakte und erhaltet wahrscheinlich auch beruflich interessante Anfragen. Man ist an eurer Meinung interessiert und was ihr zu sagen habt, kommt gut an. Falls ihr beruflich mit Sprache und Worten arbeitet, im Verkauf, im Marketing oder auch Social Media dürftet ihr sehr erfolgreich sein und viele witzige Einfälle haben. Im Kollegenkreis könnte die Stimmung allerdings etwas angespannt sein. Das gilt besonders in den Tagen um den Monatswechsel November, Dezember und auch rund um den Vollmond in den Zwillingen am 8. Dezember. Für euch steht dieser Vollmond günstig, aber andere sind dann sehr empfindlich oder stehen unter Entscheidungsdruck. Und so kann es sein, dass ihr um Rat und Hilfe gebeten werdet. Nehmt euch ruhig Zeit dafür, denn es macht euch Freude und ihr seid wahrscheinlich erfolgreich darin, anderen hilfreich zur Seite zu stehen und Situationen zu entwirren. Falls ihr im therapeutischen oder helfenden Bereich arbeitet, kommt euch das natürlich sehr zugute. Und so kann es sein, dass ihr im Dezember bis Weihnachten noch an mehreren interessanten Projekten arbeitet und viele Einladungen erhaltet, die euch auch beruflich weiterbringen. In der Liebe versorgt euch Venus bis zum 10. Dezember mit schönen Flirtimpulsen, falls ihr Single seid und jemanden kennenlernen möchtet. Und in euren festen Beziehungen fördert sie liebevolle Gespräche. Ab dem 10. Dezember verschiebt sich die Energie, dann geht die Venus, wie zuvor auch schon Merkur in den Steinbock und damit in euer viertes Haus der Familie. Für einige von euch kann im Dezember der Familienfrieden gestört sein und das könnte mit beruflichen Belastungen zu tun haben. In dem Fall tragt den Ärger nicht nach Hause. Im Gegenteil, bittet die Familie um Hilfe und Unterstützung und berichtet, was euch bedrückt. Möglich ist aber auch, dass ihr eine besondere Familienverantwortung habt, die euch bei beruflichen Entscheidungen Kopfzerbrechen macht. Einige Wagen haben im November den schwierigen Gesundheitsaspekt von Mars und Neptun zu spüren bekommen, denn bei euch steht der Neptun im kosmischen Gesundheitshaus und daher seid ihr empfindlicher für Belastungen, nicht nur Infektionen, sondern auch, wenn ihr unter zu großem beruflichen Druck steht. Das kann sich bei euch auf die Blasen- und Nierenregion auswirken. Jedoch wird die Belastung im Dezember nach und nach weniger. Nur die Zeit vom 10. bis 16. Dezember kann dahingehend nochmal kritisch sein. Deshalb, wenn ihr eine Gesundheitssache Anliegen habt, dann kümmert euch drum. Wichtig für euch ist, dass am 20. Dezember der Jupiter in den Widder zurückkehrt und damit in euer Partnerhaus. Bis Mitte Mai bringt er dann Glück, Optimismus und neue Perspektiven in eure Partnerschaften und auch beruflichen Beziehungen. Die Konstellationen aktivieren auch euer Reisehaus und vielleicht steht es für euch an, zusammen mit eurem Partner eine heilsame Reise zu unternehmen. Vor allem, wenn ihr schon länger darüber nachgedacht und es vielleicht ein paar Mal verschoben habt, kann das im Dezember wieder Thema sein. Und falls es jetzt zu knapp ist, dann spätestens im Februar. Es würde sich lohnen. Am 21. Dezember um 22.48 Uhr ist Wintersonnenwende und die Sonne tritt in den Steinbock ein, gefolgt vom Neumond im Steinbock am 23. Dezember. Diese Kräfte aktivieren für die kommenden vier Wochen den Heimatbereich und Familienangelegenheiten, möglicherweise auch eure Wohnsituation. Ihr solltet also die Ferientage an einem Ort verbringen, an dem ihr euch heimisch und geborgen fühlt, ob nun im Kreise eurer Familie, für euch allein oder mit Freundinnen und Freunden. Hauptsache, ihr habt es gemütlich und fühlt euch durch eure Umgebung gestärkt. Für die Neumond-Meditation eignen sich demnach eure Familienthemen und diesbezüglichen Wünsche. Vielleicht macht ihr euch aber auch Gedanken über euer Heim, etwa einen Umzug. Es könnte auch eine gute Zeit sein, um euch einen Hausaltar einzurichten, zum Beispiel während der Rauhnächte. Wenn ihr nach dem 15. Oktober geboren seid, könnte über Weihnachten ein Familiengeheimnis an die Oberfläche kommen und wenn ihr eine berufliche Entscheidung getroffen habt, die die Familie wissen muss, wird das wohl auch zur Sprache kommen. Falls es etwas zu klären gibt, tut das vor dem 29. Dezember, denn dann wird der Merkur rückläufig. Eure Sterne zu Silvester zeigen, dass ihr wahrscheinlich im kleinen, feinen Kreis feiert, vielleicht sogar bei euch zu Hause. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch schöne Feiertage und alles Gute mit den Sternen im neuen Jahr. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Ich hoffe, ihr habt die Finsternissaison gut überstanden. Für viele von euch war es offenbar eine kraftvolle und inspirierte Phase, einfach weil die Sonne im Skorpion stand und das tut euch immer gut. Im Dezember dürft ihr euch auf angenehme und harmonische Tendenzen über die Feiertage freuen. Das schauen wir uns gleich alles an. Vorher habe ich noch eine Geschenkidee für euch. Wünscht euch doch ein persönliches, schriftliches Geburtshoroskop zu Weihnachten oder verschenkt selbst eins. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch ein schönes Last-Minute-Geschenk, sei es für euch selbst oder einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Rabattcode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in eure Sterne im Dezember. Zu Beginn des Monats seid ihr möglicherweise mit wichtigen finanziellen und beruflichen Entscheidungen beschäftigt. Wenn ihr festangestellt seid, vor allem in einem helfenden und heilenden Beruf, könnte es eine finanzielle Anerkennung geben. Eventuell könnt ihr auch eine Verbesserung am Arbeitsplatz erreichen. Günstig sind hier die ersten zehn Tage des Monats. Eure Gesundheit scheint robust zu sein, aber falls nicht, sind die ersten beiden Wochen des Monats gut geeignet, um heilende Maßnahmen zu ergreifen. Etwas schwieriger sind die Tendenzen, falls ihr finanzielle Verhandlungen führen müsst. Da könnte jemand einen Rückzieher machen, vielleicht auch der eigene Partner. Und das hätte dann Konsequenzen für eure gemeinsamen Finanzen. Was ihr gar nicht mögt, ist, wenn man euch in beruflicher oder finanzieller Hinsicht in enge Regeln zwängen möchte. Dann kann es sein, dass ihr ein Machtwort sprechen müsst, um euch auf lange Sicht mehr Freiraum zu verschaffen. Der Vollmond am 8. Dezember in den Zwillingen aktiviert diese Themen und möglicherweise kommen rund um Geldfragen starke Emotionen hoch. Außerdem gibt es in den Tagen danach noch einen Aspekt, der zu falschen Einschätzungen führen kann. Deshalb vertagt, wenn möglich, heikle Finanzgespräche und Entscheidungen auf die Zeit nach dem 10., wenn möglich sogar nach dem 16. Dezember. Denn dann geht die Venus in den Steinbock und unterstützt euch zusammen mit Merkur bei konstruktiven und vernünftigen Gesprächen. Auch beruflich ist das vorteilhaft, falls ihr im Verkauf oder mit Texten und Sprache arbeitet. Eure Gedanken sind klar, verbindlich und seriös und im Umgangston seid ihr freundlich und charmant. Das kommt an. Und das alles hilft euch natürlich auch sehr in der Liebe, für die die Sterne ab dem 10. Dezember zunehmend erfreulich stehen. Euer soziales Leben wird dadurch angeregt, ihr seid im Austausch, wahrscheinlich erhaltet ihr auch viele Einladungen und Bekannte melden sich bei euch. Für die Singles bilden sich bis Anfang Januar superschöne Flirtaspekte und ihr habt gute Chancen mit einer neuen Liebschaft zusammen Silvester zu feiern. Festliierte erleben das schöne Gefühl, dass Liebe und Verantwortung Hand in Hand gehen. Und auch wenn ihr alleinstehend seid, sieht es so aus, als hättet ihr bis zum Jahresende nette Gesellschaft. Der Zusammenhalt mit Freunden, netten Nachbarn und den Menschen aus eurem Umfeld ist gut. Einige von euch, besonders wenn ihr um den 10. November herum Geburtstag habt, haben weiterhin eine große Verantwortung bei sich zu Hause zu schultern. Vielleicht ein betagtes Familienmitglied, das Hilfe braucht. Vielleicht müsst ihr aber auch für euch selbst Vorkehrungen treffen, um gut über die Feiertage zu kommen. Ihr solltet möglichst zeitig planen, wie ihr mit dieser Situation umgehen wollt. Zum Beispiel, wer da ist, wer euch vielleicht helfen kann und wie ihr das regeln wollt. Dann seid ihr entspannter, wenn es auf Weihnachten zugeht. Am 21. Dezember um 22.48 Uhr ist Wintersonnenwende, zugleich geht die Sonne in den Steinbock. Kurz darauf ist Neumond im Steinbock am 23. Dezember. Beides aktiviert dann für vier Wochen euer soziales Leben im direkten Umfeld, aber auch eure Lust, mit netten Leuten in Kontakt zu bleiben und freundlichen Nachrichten auszutauschen. Auch falls ihr im letzten Moment auch Weihnachtsgeschenke braucht, fallen euch gute Sachen ein. Und wenn ihr eine Neumond-Meditation durchführt, denkt doch darüber nach, bei wem ihr euch mal wieder melden wollt oder bittet um Inspirationen, falls ihr mit Text und Sprache arbeitet. Es ist auch ein guter Neumond, um Tagebuch zu schreiben und über das zurückliegende Jahr zu reflektieren. Und nicht zuletzt, um geliebten Menschen mal wieder zu sagen, was sie euch bedeuten. Das ist dann auch ein guter Auftakt für ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest. Einige von euch werden vielleicht ganz spontan Pläne umschmeißen, vor allem wenn euer Schatz oder euer neuer Flirt spannende Ideen hat, was man alternativ unternehmen könnte. Wenn ihr spirituell ausgerichtet seid, sind die Feiertage und die Rauhnächte sehr ergiebig für kraftvolle Rituale, weil euer Herrscher Pluto sich mit Venus und Merkur verbindet. Das ist gut für Zaubersprüche und Affirmationen. Am 29. Dezember wird der Merkur rückläufig, sodass eure Gedanken noch mehr in die Tiefe gehen können. Silvester sieht gesellig für euch aus. Vielleicht kommt im letzten Moment noch eine witzige Einladung herein, die ihr annehmt. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage und alles Gute mit den Sternen im neuen Jahr. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Happy Birthday und alles Gute, falls ihr im Dezember Geburtstag habt. Gleich schauen wir in eure Sterne. Vorher habe ich noch eine Geschenkidee zum Geburtstag oder zu Weihnachten für euch. Wünscht euch doch ein persönliches schriftliches Geburtshoroskop oder verschenkt selbst eins zu Weihnachten. Das schriftliche Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch noch ein schönes Last-Minute-Geschenk, sei es für euch selbst oder einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Rabattcode findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet mit vitalen Sternen in den Monat, denn ihr habt Kraftspenderin Sonne, Schnelldenker Merkur und Liebesgöttin Venus an eurer Seite. Sie aktivieren den Bereich eurer Selbstliebe und eurer Durchsetzungskraft und statten euch mit besonders viel Witz und Charme aus. Für die Singles unter euch ist das auch toll zum Flirten. Wenn ihr festliiert seid, wäre es eine gute Idee, eurem Schatz mal wieder zu zeigen, wie gern ihr ihn oder sie habt. Für eure Geburtstagsparty stehen die Sterne besonders schön am 3. und 4. Dezember und auch der Samstag, der 17. eignet sich sehr gut zum Feiern. Beruflich profitiert ihr von günstigen Aspekten, die Meisterschaftsplanet Saturn zu euch bildet. Er unterstützt euch dabei, respektiert und ernst genommen zu werden. Das ist besonders hilfreich in allen Bereichen, die sich um Kommunikation drehen. Ihr könnt dadurch ruhig und überzeugend argumentieren. Auch für alle Arten von schriftlichen Arbeiten ist das nützlich und falls ihr noch lästige Formulare ausfüllen müsst, habt ihr die nötige Geduld dafür. Die konstruktiven Aspekte von Saturn können auch Kampfplanet Mars etwas zähmen, der weiterhin in eurem Partnerhaus in den Zwillingen steht. Wir sind jetzt in der Mitte seiner Rückläufigkeit angekommen und das kann darauf hinweisen, dass ihr aktuell herausfordernde Zeiten in eurer Partnerschaft erlebt. Möglicherweise betrifft das auch geschäftliche Partnerschaften. Die festliierten unter euch könnten im Moment schneller als sonst in Auseinandersetzungen mit ihrem Schatz geraten. Rund um den Vollmond am 8. Dezember spitzen sich mögliche Spannungen noch zu. Der Vollmond findet im Zeichen Zwillinge statt, also in eurem Partnerhaus und verbindet sich mit dem rückläufigen Mars. Und Kampfplanet Mars in den Zwillingen, das bedeutet unter anderem Kampf durch Worte. Also wäre es super wichtig für euch, dass ihr euch in diesen Tagen nicht auf eine Streiterei mit eurem Schatz einlasst und womöglich Worte fallen, die ihr hinterher bereut. Was einmal ausgesprochen ist, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Versucht in den Tagen um den Vollmond möglichst viel Sport einzuplanen, damit sich euer feuriges Temperament ausbalancieren kann. Auch die 90-Sekunden-Regel kann ich euch ans Herz legen, um wohlbehalten durch diese heiße Phase zu kommen. Mit ihrer Hilfe könnt ihr euch nämlich erden und dadurch könnt ihr die Kräfte Saturns anzapfen, der euch geduldig unterstützt. Weitere Informationen zur 90-Tage-Regel findet ihr in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Denkt auch dran, falls eure Projekte im Dezember ins Stocken geraten oder der Haussägen schiefhängen sollte. Zu Beginn des Jahres, des neuen Jahres, wechselt der Mars wieder in die Direktläufigkeit und die schwierigste Zeit ist überstanden. Zwischen dem 10. und 16. Dezember haben wir einen Spannungsaspekt zwischen eurer Sonne und Vernebler Neptun, was auf Infektionen hindeuten kann. Da sich Neptun im Bereich der Familie aufhält, könnt ihr das auf kranke Familienmitglieder oder auf eine chaotische Woche mit eurer Familie hindeuten, zum Beispiel weil die Kita eurer Kinder kurzfristig schließt und ihr alternative Betreuungsmöglichkeiten finden müsst. Nach dieser stressigen Phase gibt es gute Nachrichten, denn am 20. Dezember tritt euer Herrscher Jupiter in das Zeichen Widder ein und wird euch von da an bis Mai nächsten Jahres mit viel Energie und Zuversicht versorgen. Eure Resilienz wird dadurch gestärkt und ihr könnt mit Problemen leichter umgehen. Am 21. Dezember steht dann die Wintersonnenwende an und die Sonne wechselt in den Steinbock und kurz darauf am 23. Dezember haben wir dann Neumond im Steinbock. Dadurch wird für die kommenden vier Wochen der Bereich eurer Werte in den Mittelpunkt gerückt. Zum Beispiel wie wichtig doch Zeit mit der Familie und den Liebsten ist und wie nebensächlich oft die ganze Hektik des Alltags. Das könnte ein schönes Thema für eure Neumond-Meditation sein. Ihr könntet euch die Frage stellen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Woran hängt mein Herz? Zu den rauen Nächten stehen euch besinnliche Tage bevor. Ihr werdet dazu angeregt, euch Gedanken über das Vergangene und das neue Jahr zu machen. Vielleicht lernt ihr auch, die Langsamkeit des rückläufigen Powerplaneten Mars zu genießen und euch der Entschleunigung hinzugeben. Zum Jahresende wird Denker Merkur am 29. Dezember rückläufig und zwar bei euch im Geldhaus. Deshalb wundert euch nicht, wenn sich eure finanziellen Vorsätze für das neue Jahr doch nochmal ändern und vermeidet zu Silvester Diskussionen ums Geld. Doch dank Jupiter werdet ihr sicher voller Zuversicht und Optimismus mit euren Liebsten auf ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr anstoßen. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Nun wünsche ich euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten und Happy Birthday, wenn ihr im Dezember Geburtstag habt. Freut euch auf gute Sterne zu eurem Geburtstag und auf ein Liebes-Highlight ab dem 10. Dezember. Bevor wir in eure Konstellationen einsteigen, habe ich hier noch eine Geschenkidee für euch. Wünscht euch doch ein persönliches schriftliches Geburtshoroskop zum Geburtstag oder verschenkt selbst eins zu Weihnachten. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt und die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch noch ein schönes Last-Minute-Geschenk, sei es für euch selbst oder für einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Rabattcode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes im Podcast. Zu Beginn des Dezembers solltet ihr in eure Gesundheit investieren. Das heißt, achtet darauf, trotz Vorweihnachtsstress genug Pausen einzulegen und gönnt euch trotz der gestiegenen Preise eine gute und gesunde Ernährung und ein paar extra Vitamine. Die Sterne legen nahe, dass ihr darüber nachdenken solltet, was ihr euch selbst wert seid. Der Vollmond vom 8. Dezember aktiviert die Heilerachse in eurem Horoskop und bietet eine gute Gelegenheit für eine Meditation, mit der ihr eure Gesundheit stärken und auch eure spirituellen Kräfte stärken könnt. Beruflich habt ihr auch eine Menge zu tun, denn der rückläufige Maß befindet sich für euch im Bereich des Arbeitsalltags. Entsprechend müsst ihr damit rechnen, dass es zu Ausfällen kommt, vielleicht auch krankheitsbedingt und dass die Arbeitslast zwischen weniger Kollegen aufgeteilt wird. Nehmt dann am besten auch selbst den Druck raus und lasst euch nicht hetzen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass ihr selbst nicht umhinkommt, euch für ein paar Tage krankschreiben zu lassen. Trotzdem steckt ihr voller guter Ideen und eure Fantasie ist angeregt. Und das kann euch besonders dann zugutekommen, wenn ihr mit Text und Sprache arbeitet, im Verkauf oder im Marketing tätig seid oder auch, falls ihr therapeutisch oder als Coaches arbeitet. Ihr habt feine Antennen dafür, was euer Gegenüber möchte und braucht und eure Impulse können viel Gutes bewirken. Diese Tendenz stärkt sich ab dem 6. Dezember, wenn Denkplanet Merkur in euer Zeichen Steinbock wechselt. Und am 10. Dezember gesellt sich dann auch noch die Venus dazu. Das stärkt nicht nur eure Beliebtheit und Verbindlichkeit, damit beginnt auch ein schönes Liebeshighlight vom 10. Dezember bis zum 3. Januar. Beziehungsangelegenheiten sind dann nicht mehr unsicher oder an der Vergangenheit orientiert, sondern entwickeln sich in die Zukunft. Denn gleichzeitig wird ein neuerer Uranus angeregt, der bei euch im Haus der Lebensfreude steht und der Affären. So kann es sein, dass ihr im Dezember sehr erfolgreich flirtet und vielleicht auch eine prickelnde neue Liebschaft beginnen könnt. Falls ihr datet, habt auch keine Angst vor Internetplattformen oder Apps. Das unterstützen die Sterne nämlich jetzt. Wenn ihr nach dem 15. Januar Geburtstag habt, steht ihr unter dem Einfluss von Lilith und Pluto, die große Leidenschaft in euren Beziehungsangelegenheiten anzeigen. Vielleicht wollt ihr eine Person unbedingt erobern, die jedoch sträubt sich zunächst. Dann dürft ihr auf keinen Fall Druck ausüben, sonst ist sie weg. Achtet auch darauf, euren festen Partnern oder Partnerinnen nicht unter Druck zu setzen und sei es bei einer prinzipiell harmlosen Sache wie der Weihnachtsplanung. Lilith zeigt Partner an, die äußerst empfindlich reagieren, wenn sie ihren Freiraum eingeschränkt fühlen. Andererseits scheint aber auch eine große Anziehung und Leidenschaft da zu sein. Dieser Aspekt hält an bis zum 8. Januar und ich empfehle, dass ihr bis dahin euer Gegenüber mit Samthandschuhen anfasst. Am 21. Dezember um 22.48 Uhr ist Wintersonnenwende und die Sonne betritt euer Zeichen, gefolgt vom Neumond im Steinbock am 23. Dezember. Beides aktiviert für die kommenden vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Der Neumond im Steinbock ist der wichtigste im ganzen Jahr und ihr solltet euch trotz der herannahenden Weihnachtstage Zeit für eine Meditation nehmen und darüber nachsinnieren, was ihr in eurem neuen Lebensjahr vorhabt und mit welchen wichtigen Menschen ihr Zeit verbringen möchtet. Auch die Liebe und die Beziehungen bieten sich als Thema an. So könntet ihr eine Wunschmeditation für einen neuen Beziehungspartner durchführen, wenn ihr noch alleinstehend seid. Einige von euch, besonders die Geburtstagskinder der zweiten Dekade, übernehmen auch liebevoll Verantwortung für ein erkranktes oder betagtes Familienmitglied und stellen ihre eigenen Wünsche zurück, um der Person ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Und die wiederum wird Mittel und Wege finden, euch großzügig ihre Dankbarkeit zu zeigen. Zu eurem Geburtstag dürft ihr mit netten Überraschungen rechnen, zum Beispiel Besuch, der trotz der Weihnachtstage extra für euch gekommen ist. Und außerdem habt ihr in der Zeit auch einen tollen Aspekt für finanzielle Überraschungen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, spielt doch dann ruhig mal Lotto. Falls ihr während der Rauhnächte Geburtstag habt, könntet ihr auch Gleichgesinnte einladen, um gemeinsam zu meditieren und die besondere kosmische Energie zu würdigen. Eure Flortsterne stehen über Weihnachten so gut, dass einige von euch wohl auf die Weihnachtstradition pfeifen werden und lieber eine Liebesreise machen möchten. Möglich ist auch, dass ihr ganz überraschend noch einen guten Auftrag hereinbekommt und nach Weihnachten direkt wieder an den Arbeitsplatz eilt. Jedenfalls verheißt Uranus positive Überraschungen zum Jahreswechsel, auch wenn vielleicht nicht immer alles nach Plan läuft, weil nämlich der Merkur am 29. Dezember rückläufig wird. Den Sternen nach dürfte es ein netter und geselliger Jahresausklang für euch werden. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch schöne Feiertage und alles Gute mit den Sternen im neuen Jahr. Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Versucht bis Mitte Dezember noch so viel wie möglich wegzuarbeiten, denn danach möchtet ihr euch ein wenig zurücklehnen und zurückziehen und die Feiertage genießen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Geschenketipp für euch. Wünscht euch doch ein persönliches, schriftliches Geburtshoroskop zu Weihnachten oder verschenkt selbst eins. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist es auch noch ein schönes Last-Minute-Geschenk, sei es für euch selbst oder für einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Rabattcode findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Dezember und der startet mit angenehmen Venus-Aspekten. Das ist schön zum Flirten und für eure Freundschaften und die Singles unter euch können auch noch eine prickelnde Affäre beginnen. Allerdings ist der rückläufige Mars an den Konstellationen beteiligt, deshalb seid darauf gefasst, dass Freundinnen oder Freunde oder auch ein neuer Flirt einen Rückzieher machen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie an anderer Stelle mehr Arbeit haben als gedacht oder mit hinderlichen Umständen kämpfen und deshalb Abstriche machen müssen. Habt etwas Geduld, die Sache kann sich ab Mitte Januar nämlich wieder zum Guten wenden. Wenn allerdings euch jemand einfach ghostet und nicht erklärt, was Sache ist, dann sollte euch das zu denken geben. Seid vorsichtig rund um den Vollmond am 8. Dezember in den Zwillingen. Da liegen bei vielen Leuten die Nerven blank und jemand, den ihr auf eine Unstimmigkeit ansprecht, reagiert womöglich super empfindlich. Für euch steht der Vollmond günstig und so kann es sein, dass ihr vielleicht sogar jemandem aus dem Freundeskreis unter die Arme greift und dabei helft, sein Pensum doch noch zu schaffen oder eine Verabredung doch noch einzuhalten. Jedenfalls solltet ihr in den Tagen rund um den Vollmond keine zu hohen Erwartungen an eure Freundinnen und Freunde stellen, wenn sie sich gerade mit irgendwelchen Problemen herumschlagen. Nehmt das nicht persönlich. Beruflich sind die Aspekte in den ersten zehn Tagen des Monats konstruktiv. Auch wenn es bei Teammitgliedern vielleicht ein bisschen langsamer läuft, letztendlich kriegt ihr gemeinsam doch noch was zustande und darauf könnt ihr, liebe Wassermanngeborene und Aszendenten, viel Einfluss ausüben. Erfolgsplanet Saturn steht ja bei euch im Zeichen und damit könnt ihr dem rückläufigen Mars ein wenig helfen oder ihn anspornen, doch noch die versprochene Leistung zu erbringen. Finanziell kann die Zeit bis zum 7. Dezember angespannt sein. Vielleicht müsst ihr erkennen, dass die Finanzlage doch kritischer ist als gedacht. Stellt euch darauf ein, gegebenenfalls auch Geld, das eigentlich zu eurem Vergnügen gedacht war, für dringende Angelegenheiten einzuplanen. Wenn ihr euch bei Zeiten drum kümmert, könnt ihr doch noch gute Lösungen finden. Übrigens ist es auch möglich, dass ihr zu Weihnachten seitens der Familie eine unerwartete finanzielle Zuwendung bekommt. Ab dem 20. Dezember wandert Jupiter im Vorwärtsgang wieder in den Widder und schenkt euch dann bis Mitte Mai nächsten Jahres ein soziales und mentales Highlight. Das ist besonders schön für alle Wassermanngeborenen, die schreiben oder überhaupt mit Sprache arbeiten, zum Beispiel als Autorin oder Bloggerin oder auch wenn ihr in den Social Media aktiv seid. Auch falls ihr beratend tätig seid, egal ob nun therapeutisch oder im Hinblick auf Verkauf und Produkte, seid ihr sehr überzeugend und erfolgreich. Am 21. Dezember um 22.48 Uhr ist Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock, gefolgt vom Neumond am 23. Dezember. Beide aktivieren für die kommenden vier Wochen den mystischen und zurückgezogenen Bereich eures Horoskops. Spirituelle und geistige Themen bieten sich dann für die Neumond-Meditation an. Auch wenn ihr euch wünscht, genug Zeit zum Rückzug zu haben oder einen spirituellen Kurs für das nächste Jahr zu planen, könnt ihr die Kräfte des Neumonds dort hineinlenken. Gleichzeitig ergeben sich schöne Aspekte zum unruhigen Uranus, der bei euch im Bereich des Privatlebens steht. Es sieht so aus, als ob Familienmitglieder oder Mitbewohner euer Wohlergehen im Auge haben und sich ein bisschen um euch kümmern, vielleicht finanziell, vielleicht aber auch tatkräftig, sodass ihr über die Feiertage Entlastung bekommt. Deshalb habt keine Angst vor Weihnachten gemeinsam mit der Familie. Da packen alle mit an, damit es ein schönes und lustiges Fest wird. Die kosmische Energie ist aber auch günstig, falls ihr euch lieber zurückziehen und die Rauhnächte zelebrieren möchtet. Und vielleicht könnt ihr bei der Gelegenheit endlich einen Hausaltar einrichten, falls noch nicht geschehen. Am 29. Dezember wird der Merkur rückläufig und verbringt dadurch noch bis Anfang Februar Zeit im 12. Haus des Wassermannhoroskops. Das bedeutet, dass eure Antennen für die geistige Welt stark auf Empfang stehen. Das könnt ihr nutzen, um euch beispielsweise mit eurem Geistführer, Engel oder Krafttier zu verbinden oder auch, um Ideen für ein schriftliches Projekt zu sammeln. Zu Silvester habt ihr einerseits Lust zu feiern, andererseits wollt ihr damit keine Arbeit haben. Gut möglich, dass eure Lieben euch mit einer schönen Idee überraschen und ihr braucht nur zuzusagen. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Der letzte Monat des Jahres beginnt für euch mit einigen turbulenten Energien, die sich pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen wieder entspannen. Bevor wir uns das gleich näher anschauen, habe ich noch eine Geschenkidee. Wünscht euch doch ein persönliches, schriftliches Geburtshoroskop zu Weihnachten oder verschenkt selbst eins. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember um 12 Uhr und dadurch ist das auch ein schönes Last-Minute-Geschenk. Sei es für euch selbst oder für einen lieben Menschen. Mehr Infos und den Rabattcode findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Im Dezember könnt ihr beruflich noch richtig erfolgreich sein, allerdings wird es wohl auch anstrengend, denn Mars bringt stressige Impulse in euren Karrierebereich. Damit könnte es im letzten Monat des Jahres noch unerwartete Zusatzaufgaben geben, vielleicht sogar Machtkämpfe, vor allem mit Kolleginnen oder einer Chefin. Powerplanet Mars ist nun in der Mitte seiner Rückläufigkeit angekommen und das sorgt für zusätzliche Spannungsaspekte im Bereich eurer Familie und eures Zuhauses. Es kann passieren, dass eure Söhne oder Mitbewohner euch im privaten Bereich mit Diskussionen nerven. Vielleicht gibt es auch Stress mit Handwerkern, die im letzten Moment absagen und auf der Arbeit erwartet euch dann auch noch eine schwierige Kollegin. Da kann man schon mal genug bekommen. Deswegen möchte ich euch die 90 Sekunden Regel besonders ans Herz legen, um wohlbehalten durch diese heiße Phase zu kommen. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Doch der Kosmos lässt euch nicht allein und unterstützt euch zum Ausgleich mit besonders romantischen und kuscheligen Aspekten. Fantasieplanet Neptun steht ja schon länger in eurem Zeichen und Optimist Jupiter besucht euch auch noch ein weiteres Mal, bevor er am 20. Dezember endgültig in euer Nachbarzeichen weiter wandert. Diese Verbindung kann durchaus magisch sein. Es können sich besondere kosmische Geschenke für euch ergeben. Bleibt auf jeden Fall offen, denn wir wissen ja, wenn wir an Wunder glauben, dann manifestieren sie sich auch leichter in unserem Leben. Für die Singles unter euch ist diese Konstellation eine wunderschöne Möglichkeit, um einen Seelenpartner zu treffen und auch die Festliierten werden wahre Glücksmomente mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin erleben. Zum Vollmond am 8. Dezember im Zeichen Zwillinge können sich mögliche Spannungen in eurem familiären Bereich zuspitzen. Versucht, Problemen und Diskussionen aus dem Weg zu gehen, denn die können euch oder anderen jetzt sehr unter die Haut gehen, selbst wenn es nur ein kleiner Anlass ist. Durch die Verbindung von Kämpfer Mars mit Vernebelungsplaneten Neptun solltet ihr rund um den Vollmond auch gut auf eure Gesundheit achten. Die Konstellation kann Infektionen anzeigen, also lasst alles etwas langsamer angehen. Nach dem Vollmond steht bis zu den Feiertagen eine sehr schöne Phase für euch an. Glücksplanet Jupiter zeigt, dass ihr Hilfe in stressigen und herausfordernden Situationen erhaltet. Im beruflichen Bereich könnte euch zum Beispiel ein Freund oder eine Bekannte ein tolles neues Projekt vorschlagen oder euch zu einem Zweitjob inspirieren. In euren privaten Beziehungen habt ihr sogar noch länger kosmischen Rückenwind. Bis zum 3. Januar erhaltet ihr besonders viel Unterstützung durch euer soziales Netzwerk und das wird euch sehr gut tun. Der Kosmos lässt euch nicht allein durch die anstrengende Adventszeit gehen. Die Feiertage können sich dieses Jahr anders als sonst oder ungewohnt gestalten. Vielleicht erhaltet ihr eine Einladung, um an einem anderen Ort zu feiern oder mit Freunden eine neue Tradition zu beginnen. Wenn ihr euch dafür öffnet, könnte euch das viel Freude bereiten. Am 21. Dezember steht dann die Wintersonnenwende an und die Sonne wandert in den Steinbock. Sie aktiviert für die nächsten vier Wochen den Bereich eurer Freundschaften und Wahlverwandtschaften. Nutzt doch die Feiertage, um Kontakt mit euren langjährigen Freundinnen und Freunden aufzunehmen. Oder meldet euch mal wieder bei Leuten, die ihr lange nicht gesehen und gesprochen habt. Ihr werdet sehen, die freuen sich total. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist die Zeit zwischen den Jahren eine besonders magische Phase. Denn direkt nach der Wintersonnenwende folgt am 23. Dezember der letzte Neumond des Jahres im Steinbock. Für euch sensible Wasserzeichen ist das eine gute Möglichkeit, um euch in der Neumond-Meditation mit den Menschen zu verbinden, mit denen ihr die gleichen Interessen und Herzensprojekte teilt. Ihr könnt die Neumond-Energie in Vorhaben lenken, die ihr gemeinsam mit euren Vertrauten beginnen möchtet. Die Rauhnächte könntet ihr dafür nutzen, um mit dem vergangenen Jahr abzuschließen und euch in euren Träumen und Fantasiereisen mit den Energien des neuen Jahres zu verbinden. Am 29. Dezember wechselt auch Götterbote Merkur in die Rückläufigkeit und zu Silvester bildet sich ein herausfordernder Aspekt zwischen Liebesgöttin Venus und ihrer wilden Schwester Lilith und auch der tiefgründige Pluto ist in diesen Aspekt mit eingebunden. Je nachdem, wie ihr den Wechsel in das neue Jahr zelebriert, könntet ihr intensive Gespräche oder erotische Flirts auf einer Silvesterparty erleben, euch schamanisch mit euren Ahnen verbinden oder ausgiebig entschleunigen. Die Sterne bieten verschiedene Ansätze für euch an und ihr könnt spüren, womit ihr am meisten in Resonanz geht. Ich wünsche euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute mit den Sternen. Und zum Schluss ist hier wie immer mein Service-Teil für euch. Alle meine Produkte und Services findet ihr auf meiner Homepage und die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zurzeit haben wir das Geburtshoroskop mit 30% Weihnachtsrabatt im Angebot. Ansonsten gibt es noch viele andere interessante schriftliche Ausarbeitungen als PDF für euch und ihr könnt auch eine persönliche Beratung bei mir buchen. Dazu müsst ihr aber ein bisschen Wartezeit einplanen. Das Jahrbuch ist ab sofort auch als E-Book erhältlich. Wenn ihr also eine digitale Fassung wollt, bekommt ihr die sofort. Die Druckversion ist auch innerhalb weniger Tage bei euch. Es ist das ausführlichste Jahrbuch, was wir je geschrieben haben. Ich denke, es wird euch gefallen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream ist für den 1. Dezember geplant. Dann schauen wir uns den Vollmond und den Neumond im Dezember genau an und ihr könnt euch wieder rege im Chat am Gespräch beteiligen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und, ganz wichtig, auch das Glöckchen aktiviert, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich live streame. Und es gibt auch wieder ein Gewinnspiel. Da könnt ihr während des Livestreams ein schriftliches Horoskop als PDF gewinnen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes im Podcast. Und jetzt gibt es auch hier was zu gewinnen, nämlich eine persönliche Jahresvorschau als PDF. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr mir hier einen interessanten Kommentar schreibt, zum Beispiel wie es euch mit den Sternen geht und ob meine Horoskope für euch passen und schreibt mir auf jeden Fall euer Sternzeichen und Aszendent mit auf. Außerdem abonniert bitte meinen Kanal und aktiviert unbedingt auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen, denn bei YouTube wird mein Kanal besser unterstützt, wenn ich viele Abonnenten mit Glöckchen habe. Und ihr erfahrt ganz automatisch, wann es neue Videos oder Livestreams von mir gibt. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den Januar bekannt und das soll noch vor Weihnachten online gehen. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch noch das Video Göttinnen Neumond. Darin erfahrt ihr, wie man ein Ritual gestaltet. Das könnt ihr für die Wintersonnenwende gebrauchen. Und in dem Video Vollmond der Heilung erhaltet ihr einen Einblick in das Jahreshoroskop für alle zwölf Sternzeichen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.